Ja hallo zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Minecraft Wir hatten uns hier unser Feld gemacht in der letzten Aufnahme Und da ist auch schon was fertig geworden Das ernten wir mal ab und es kommen keine Samen raus Doch, natürlich kommen da Samen raus, sag ich ja So, ähm, haben wir noch ne Ja, wir haben immer noch eine Äh, na wie heißt der denn auf deutsch? Äh Nö, Dingens, Senseviech Irgendwie sowas Das bessere fällt mir jetzt nicht ein gerade Nun ja Zack Und wir waren Im Peaceful Modus, das stelle ich mir eben um Die Schafe sind gewachsen, sind erwachsen Mal gucken, wer will denn von euch? Will wer? Will wer? Ja hier und Jo Und ein neues Schaf wird geboren Tada Schön Wir könnten eigentlich mal die Schweine hier ernten bald Mal gucken, ob wir noch Weizen da haben Wenn wir noch welches haben, dann lassen wir die sich mal eben paaren Noch einmal Ja Und wir waren, ach genau, Kies hatten wir gesucht Genau So Einmal was essen hier Und runter Ist da nicht was im Ofen noch? Oh Wicks Ups, das sind aber ganz schön viele, oder? Ich hab gleich geguckt, ob da links noch welche sind So Okay, da haben wir also noch welche Also Nicht, was heißt welche Wir haben hier noch Clay Den packen wir da mal rein Und nehmen uns mal die ganze Kohle jetzt Zusammen Ja, das Dach, das hat einiges an Kohle verschwendet, sozusagen Wahnsinn Hier haben wir nichts gut Und Kein Weizen Das ist nicht gut Ne, wir haben echt kein Weizen mehr War das alles aufgefuttert oder verfüttert, besser gesagt? Oh, es wird dunkel Dann gehen wir erstmal pennen Auch gut So Den Blick auf unser endlich erstelltes Bild Was ja lange gewartet Äh, gewartet Gedauert hatte So, wie war denn das hier oben? Ich muss mal gerade so ein bisschen Mir einen Überblick wieder verschaffen Hier wollten wir noch irgendwas machen Ich hab auch schon eine Idee 1, 2, 1, 1, 2 Zack So, dann machen wir hier so ein kleines Gästezimmer draus Ich muss mich mal ganz kurz muten Weil ich noch leicht verschnupft bin Da bin ich auch wieder So Flupp Ich hab jetzt natürlich Dann machen wir einfach eine Tür rein Jo Was machen wir da mit Machen wir da so einen Blick rein Ne, 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 ne Da kommt dann mal Holz hin Wenn wir genug zusammen haben Moment Da Dann machen wir uns einfach eine Tür draus Und dann gehen wir gleich nochmal Holz farmen Dann hätten wir hier so ein kleines Gäste zu machen Dann kommt hier so ein Bett hin Die haben hier so einen kleinen Ausguck Zeit mal Aha Ach Ach So Man könnte jetzt natürlich Da noch ein Dreierfenster hin machen Aber das lassen wir erstmal Wir lassen das so Dann hat man hier so ein Naja gut Das lassen wir auch weg machen dann Die eine Fackel Die reicht ja Dann haben wir hier so ein kleines Zimmer Wo man lesen kann Hier ein Gästezimmer Und unten haben wir unser Reich Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht Wir gucken mal ob wir Ähm Wie heißt das Wolle dabei haben Irgendwo Ne Das scheint schon mal sehr schlecht Doch Hui Das ist äh Außergewöhnlich Wir machen da zwei Betten rein Damit die da Damit wir da auch Unsere ganzen Freunde empfangen können Unsere ganzen zwei Freunde Mehr haben wir ja leider nicht So Einmal hoch Danke sehr So Jetzt könnte man Dabei gehen Breiten ist breit Breit Ist ganz breit So Machen wir da so zwei Fackeln hin Da kommt noch ein Holz ran Und dann könnte man hier noch Ein paar Bücherregale Oder irgendwas schönes platzieren Ja Das müssen wir uns noch überlegen Erstmal holen wir jetzt Noch ein bisschen Tannenholz Würde ich sagen Obwohl Moment Die können wir hier stehen lassen Die Tannen Denn Wir haben noch Tannen Im Keller rumliegen Also ne Keine ganzen Tannen Aber wir müssten da noch Ein, zwei Stacks Naja Ein Stack haben wir davon noch Und dann sollten wir uns mal Auf die Suche nach Gravel machen Gleich Da bin ich für So Da haben wir unser Tannenholz Oh Alter war das knapp Boah Nicht nochmal Was war denn das So ist das ne Uh Das ist genau neben dem Inventar Moment das legen wir jetzt um Inventar kommt auf Tab Das ist das bald Das geht nicht Ah Listplayers Machen wir auf Falter hast du nach rechts Und was war F7 Oh Was ist das Ach Machen wir da mal Z raus So Und Okay Jetzt hab ich's Und Drop ist schon Z Da machen wir Oh man Ach egal Weißt du was Ja Ist egal Obwohl Ne Ist nicht egal Ei 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 Machen wir das Da hinten hin So Auf Minus Zack Jetzt geht's aber alles hier Oder Z Yo Und wenn wir jetzt Minus machen Da hinten Dann macht er da so einen dicken Blitz Ist okay Ist okay Achso Äh Gravel 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 Oh die haben hier Äh Einen Bogenmann erlegt Die Schafe Sehr gut gemacht Richtige Kampfschafe Die wir hier haben Ist ja unglaublich So Ist denn hier schon Was fertig Oh das geht hier richtig fix Muss ich sagen Richtig fix geht das Äh Ich fackel dafür Zack Äh wo ist denn das Da ist das Inventar Da muss ich jetzt erstmal suchen So Und Das nächste Da So Oh jetzt Ist gerade hier irgendwie Die Framerate Eingebrochen Okay Haben wir einen rausgeholt Ey Wahnsinn Was ne Ausbeute Da ist wieder was fertig geworden Moment Ich komme Zack Und hier haben wir zwei rausgeholt Das ist Ja schon nicht so schlecht Den Rest den lassen wir jetzt einfach wachsen Und begeben uns mal auf die Suche nach Gravel Die nicht ertragreich wird Wette ich Hier ist ja auch überall Leben Ach was Eier Eier Wir brauchen Eier Ne ich glaube echt nicht Dass wir Da ist Ach das Inventar Wenn das woanders ist Das ist echt Störend Ich werde mich daran gewöhnen müssen Oh hier ist richtige Hühner Gegend Wahnsinn Ne aber ich finde hier nichts Hm Ach Ach ne Ist das nur ne Schlucht Da buddeln wir uns nochmal ein Stückchen rein Hier Ja Gut Ab geht's Challenge Accepted Oh ja Oh ja Scheint mir so Mum Oh das ist der da Man oh ey So Nehmen wir uns Ne die Ja so machen wir das Zack Wir brauchen noch einen Aufweg hier auf jeden Fall Oh Das ist jetzt natürlich nicht so gut Aber kein Problem Es gibt nur Lösungen Keine Probleme ne So Zack Einmal runter Da bin ich ja gespannt Ob wir hier vielleicht ne Miene treffen Auf so ne alte Verlassene Oder wie man sie auch immer nennen mag So ich muss mich kurz kratzen Muss die einmal die Hand von der Maus nehmen So Alter Schwede Ganz schön groß Obwohl da gibt's natürlich viel größere Äh Na Schluchten Nenn ich's Und Licht Aha Okay Wenigstens haben wir Kohle gefunden ne Ja So Können wir hier einmal hoch gehen Nehmen wir uns das Eisen mal mit Das jute alte Eisen So Müssen wir gleich mal gucken Wie wartet die Kohle kommen Hier die hätten wir vorher noch nicht gesehen Die Höhle hier Besser gesagt Die Schlucht So Zack Machen wir's auf ganz altmethodische Ne altmodische